Wir beginnen mit der Pressekonferenz. Nach dem Spiel zwischen Hannover 96 und dem 1. FC Nürnberg entstand 3 zu 0. Ich begrüße beide Cheftrainer Christian Fjell und Stefan Leitl. Das erste Wort gebührt natürlich auch bei uns dem Gast. Danke. Stefan, erstmal Glückwunsch zum hochverdienten Sieg. Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse, wenn ich mich kurz halte. Ich glaube, heute gab es für uns nichts zu holen. Wir haben nicht stattgefunden. Der Gegner war uns in allen Belangen überlegen und wir können noch froh sein, dass wir mit 0 zu 3 nach Hause fahren. Alles Gute für den Rest der Runde und einen schönen Abend. Dankeschön. Vielen Dank, Christian Fjell. Stefan, dein Statement. Ja, Fjell, erstmal danke dir für die Glückwünsche. Ja, ich finde, die Jungs waren gut in der Umsetzung, was wir vorhatten. Wir hatten eine sehr gute Energie. Dementsprechend ist das Ergebnis auch gut. Trotzdem ist es so, auch wenn man überlegen spielt, gibt es eine Situation im Spiel, die das Ganze vielleicht ins Wanken hätte bringen können, dieser Pfostentreffer. Das darf uns dann nicht passieren, dass der Gegner mal eine Torchance hat. Oder speziell jetzt auch heute Nürnberg, das ist klar. Aber trotzdem ist es schon so, dass wir vorher unsere Großchancen dann auch besser verwerten müssen, um dann auch mehr Ruhe ins Spiel reinzubekommen. Ansonsten sind wir mit dem Auftritt, mit der Leistung, so wie ich es gesagt habe, mit der Umsetzung natürlich sehr zufrieden und freuen uns, dass wir jetzt das siebte Heimspiel in Folge auch ungeschlagen sind. Und dementsprechend für uns natürlich ein schöner Abend. Fjell und dir natürlich auch maximalen Erfolg für die restlichen Spiele. Und wir sehen uns im nächsten Jahr. Dankeschön. Danke, Stefan. Jetzt ist Zeit für eure Fragen. Dirk kommt mit dem Mikrofon als erstes zu Jonas Gress von Matzak. Hi, Frage an Stefan Leitl. Wir waren die vergangenen Wochen sehr kritisch mit dir nach sechs sieglosen Spielen. Ich glaube, an dem heutigen Spiel gibt es außer der Chancenauswertung wenig zu kriteln. War es aus deiner Sicht vielleicht sogar die beste erste Halbzeit, die 96 unter dir gespielt hat? Das könnt ihr beurteilen, ob es die beste Halbzeit war. Ihr könnt mich auch gerne kritisieren. Habe ich auch kein Problem damit. Wir gehen hier einen gemeinsamen Weg. Und ich glaube, wenn alle bereit sind, diesen Weg zu gehen, dann wird Hannover auch irgendwann mal da landen, wo sie alle sein wollen. Nächste Frage kommt von Stefan Ochs, Radio 21. Hängen bleibt auch, dass die Offensivspieler wieder super funktioniert haben. Doppelpack von Harvard Nielsen und dann fast noch schöner, finde ich, weil er so lange raus war. Ein super abgeschlossener Konter von Sadie Teuchert. Wie glücklich macht das denn Trainer nach dem Spiel? Ja, sehr, weil es natürlich auch schwierige Wochen für Sadie waren. Wir haben darüber schon gesprochen. Dass es natürlich auch dann die mentale Komponente dazu kommt. War lange verletzt. Rückschläge dann in der Vorbereitung. Dann Entscheidungen treffen über die persönliche Zukunft. Und jetzt war dieses Thema eben weg. Und ich habe es euch ja bei der Pressekonferenz schon gesagt, dass jetzt eine gewisse Leichtigkeit auch bei Sadie zu spüren ist. Und ist natürlich für ihn jetzt, glaube ich, heute mit dem Tor einen sehr schönen Abschluss für diese Woche. Und für uns alle natürlich. Michael Richter mit einer Frage vom Kicker. Stefan, wenn du dieses Spiel jetzt mal nimmst, über das ihr euch zu Recht freuen könnt und es mal als Blaupause drauflegst auf die Spiele, die in der Vergangenheit gewesen sind, wo oft genug Grund zum Ärgern war, weil sie einfach nicht zu euren Gunsten ausgegangen sind. Welche Szenen oder welche Verhaltensweisen würdest du nehmen, um sie den Spielern vorzuführen und zu zeigen, so geht es, so gewinnen wir unsere Spiele? Ich glaube, dass das wichtig war nach der Analyse, nach der Hinrundenanalyse und auch der Umstellung in die neue Grundordnung und mit dieser offensiveren Ausrichtung, dass die Jungs Vertrauen in die Abläufe bekommen, Vertrauen durch gute Ergebnisse. Wir haben wirklich gut trainiert in der Vorbereitung. Wir haben gute Testspiele gespielt. Und wir sind auch letzte Woche gut gestartet. Und ich glaube, dass, wenn du auswärts so spielst, das habe ich schon mal betont, wie wir letzte Woche gespielt haben, dann muss das auch mal reichen, um in der zweiten Liga drei Punkte zu holen. Leider waren wir nicht ganz fehlerfrei und deswegen hat es nur zum Punkt gereicht. Aber wenn man auswärts punktet und zu Hause gewinnt, auch gut. Und speziell heute, glaube ich, hat man gesehen, dass gewisse Abläufe greifen. Das wird auch nicht immer so sein. Wichtig ist die Energie der Spieler. Wichtig ist nach wie vor, nicht nur immer taktisch zu denken und offensiv zu denken. Wir sind in der zweiten Liga. Priorität, zweite Liga, Zweikampfverhalten, Restverteidigung, im Spiel bleiben. Alles unter dem Begriff Energie und das war heute gut und deswegen haben wir auch verdient gewonnen. Eine weitere Frage. Gehen wir einmal in die zweite Reihe. Christian Fjell, die Überschrift in der Saison war ja eine Weitentwicklung der Mannschaft. Wie enttäuscht ist man dann nach dem 19. Spieltag, dass es solche Halbzeiten, gerade die erste Halbzeit, immer wieder gibt? Man hat es dann oft erklärt, es ist eine junge Mannschaft. Ist das als Erklärung ausreichend oder muss man da auch jetzt an anderen Punkten mal ansetzen? Denn solche Halbzeiten in der Art gab es ja schon, die ein oder andere in den letzten Monaten. Ja, Sie wissen ja auch, dass wir, wenn wir darüber gesprochen haben, ich Ihnen immer gesagt habe, dass das nichts mit Jung und Alt zu tun hat. Das heute ist, ja, wie ich es vorhin versucht habe zu erklären, das ist, wir führen keine Zweinkämpfe. Und wenn wir sie führen, dann so, dass du keine Chance hast, ihn zu gewinnen. Und der Kollege hat es richtig gesagt, es ist Zweitliga-Fußball, da musst du Zweikämpfe gewinnen, um erfolgreich zu sein. Und ja, um auf die Frage zurückzukommen. Jetzt könnte ich Ihnen wieder sagen, boah, ich dachte, wir wären schon ein Stück weiter. Es ist immer noch Fußball, aber nochmal, wir haben viel gesprochen auch diese Woche, vor allem nachdem wir gut in die Rückrunde gestartet sind, darf uns sowas wie heute, ja, nochmal, du kannst verlieren in Hannover. Aber die Art und Weise heute war nicht gut. Nächste Frage von Stefan Hox von Radio 21. Wird es auf Sicht jetzt erstmal dabei bleiben, von Spiel zu Spiel denken? Oder geht man schon einen Schritt weiter und sagt, Serie beibehalten, weil es sind ja jetzt immerhin vier Punkte aus zwei Spielen. Nächstes Heimspiel folgt gegen Hansa Rostock am nächsten Sonntag. Und darf man dann irgendwann mal wieder sich noch ein bisschen weiter nach oben vielleicht sogar orientieren in der Tabelle? Denn einige von da ganz oben, die kommen ja noch hierher und wir haben ja gehört, dass die Heimbilanz sich eigentlich ganz gut anhört für den Moment. Ich finde, dass wir einfach den Moment jetzt auch nutzen sollten, gerade intern im Gespräch mit der Mannschaft, um ihnen aufzuzeigen, dass das ein guter Weg sein kann, wie wir Fußball spielen wollen. Und dass es dann darum geht, diese Energie so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Und dann ist es die zweite Liga und in dieser Liga ist jedes Wochenende anders. Ja, jede Mannschaft kann Spiele gewinnen, jede Mannschaft kann Spiele verlieren. Und deswegen ist diese Liga so attraktiv, so unberechenbar. Und du musst bereit sein oder speziell die Mannschaften, die ja einen langen Atem haben, die konstant immer wieder Punkten, die werden sich dann am Ende auch durchsetzen. Und für mich geht es jetzt darum, wir sind jetzt mit vier Punkten gestartet in die Rückrunde. Wir haben zwei mehr als in der Hinrunde. Jetzt kommt Rostock. Ganz, ganz schwieriges Heimspiel. Und darauf müssen wir uns jetzt auch ab Montag dann gut vorbereiten, um ein gutes Spiel zu zeigen. Und dann wollen wir punkten. Und wenn möglich dreifach und welcher Tabellenplatz dann dabei rausspringt, ist mir jetzt eigentlich ziemlich egal. Weitere Fragen sehe ich noch und zwar von Jonas Gress. Stefan, das Spiel war super. Auf den Rängen war heute Minusrekord, 25.100 waren es in Anführungsstrichen nur. Ist das Spiel heute in der Form auch Werbung dafür, dass gegen Hansa direkt das nächste Heimspiel ein paar mehr wiederkommen? 25.000 mit den Umständen, die gerade herrschen. Ja, glaube ich, das ist ganz okay. Das kann sich sehen lassen. Also wir haben, glaube ich, Heki, du kannst mich korrigieren, wir sind immer noch unter den Top-Teams der Liga, was den Zuschauerschnitt betrifft. Und vielleicht sind es dann zwei oder drei mehr gegen Rostock. Würde uns gefallen, eine Frage noch von Florian Krebs von der BILD. Ja, Namen zusammen. Hallo Stefan, Glückwunsch erstmal zu den drei Punkten. Noch eine Frage, eine Einzelfrage zur Leistung von Sebastian Ernst, der letzte Woche in Elbersberg, fand ich jedenfalls, schon angedeutet hat, dass er sich da wohlfühlt in dem neuen System. Hat heute nochmal eigentlich ein sehr starkes Spiel gemacht. Wenn da, das war letzte Woche schon das Problem, die Chancenauswertung nicht wäre, kriegt er unter der Woche jetzt vielleicht eine Sondereinheit in Sachen Keitschnäuzigkeit vor dem Tor. Du kennst ihn sehr gut, du hattest ihn schon in Fürth. Also mein offensiver Mittelfeldspieler kommt zu, glaube ich, insgesamt fünf sehr guten Chancen. Da will ich den Sebi auch haben. Und irgendwann wird das Glück auch wieder auf seine Seite kommen und dann wird einer reingehen. Aber wichtig ist nicht, wer die Tore schießt, sondern dass wir Tore schießen und dass wir Spiele gewinnen. Und das haben die Jungs heute getan. Aber speziell ist es natürlich so, dass das Sebi in dieser Grundordnung auch seine Position dann auch hat. Und ich glaube, er bestätigt das auch, was er lange Zeit in Fürth unter mir gespielt hat. Gut. Weitere Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich herzlich für die Aufmerksamkeit. Gute Heimreise, Christian Fehl und den Nürnbergern. Und wir sehen uns, wie schon ein paar Mal anklingen lassen, nächste Woche wieder gegen Hansa Rostock. Tschüss zusammen. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.